Peter und Alisa sind neben Heiko und Ulrike die einzigen, die in der sechsten Staffel von Bauer sucht Frau international zusammengefunden haben, und weiterhin liiert sind. Du hast mir schon ein bisschen den Kopf verdreht, gab der Tiroler Landwirt am Ende der Hofwoche zu. Die Zuschauer hatten jedoch Zweifel, ob die Beziehung echt ist. Beide ganz schlechte Schauspieler. Dennoch, die Liebe hat die Dreharbeiten überdauert, wie Peter im Staffelfinale verriet, die Alisa ist der Hammer. Wir leben einfach im Moment. Wir genießen die Zeit miteinander, und darauf kommt's an. Alisa ergänzte, ich bin Bauer sucht Frau unheimlich dankbar, dass ich jemanden gefunden habe, der so gut zu mir ist. Seitdem gewährt vor allem die hübsche Pfälzerin auf Social Media immer wieder Einblicke in ihre Fernbeziehung mit Peter. Auch nachdem die Kamerateams abgereist sind, scheinen die beiden noch auf Wolke sieben zu schweben. So teilt Alisa einen zusammengeschnittenen Clip mit Bildern und Szenen aus gemeinsamen Ausflügen und Reisen. Happiest with you. Wir haben so viel gesehen und in kurzer Zeit so viel zusammen erlebt, schreibt sie glücklich, und ist sich sicher, the best is yet to come. Das Beste kommt doch auch in einer neuen Beziehung, noch dazu auf Distanz, ist nicht immer alles rosarot. So teilt die Brünette, die bereits an den Kuppelshows First Dates, Ein Tisch für zwei und Take Me Out teilnahm, aktuell in ihren Stories aussagen, die nachdenken. In einer Beziehung muss man verstehen, dass jeder eine andere Geschichte hat und anders aufgewachsen ist. Das bedeutet, dass jeder anders wahrnimmt, anders reagiert und anders kommuniziert. Wichtig ist, dass beide die Unterschiede respektieren und versuchen, zu verstehen, woher sie kommen. Dazu kommentiert die 26-Jährige Dinge, die ich lernen musste und now we are